hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ja ich versuche mich jetzt mal an ja an wer wird millionär ich spiele ja ohne risikovariante das heißt mit nur drei jokern und wir fangen mal an was wer ist auch außerhalb des tierreichs als äußerst furchtsam bekannt bammel hamster panik hörchen hörnchen angsthase oder schisskaninchen ist der angsthase ja mal gucken wie weit ich komme nachdem im fußball ein tor gefallen es wird ein geschenk zugeprostet angestoßen ja das war auch einfach reiste einer von angela merkels vorgänger nach peking dann empfing man in mehr rettich kopf salat artischocke china kohl ja helmut kohl wie bezeichnet man umgangssprachlich geruhsames fahren ohne eider jachten jollen gondeln schaluppen das ist wohl gondeln gut ja das läuft ja ganz gut wer unter ornitophobie leidet der hat angst vor fischen katzen würmern oder vögeln der ornithologe das ist ein vogelkundler deswegen würde ich jetzt mal vögeln schätzen jawohl ok über 100.000 franzosen leben in sandin sind die nosi oder jackie ja das ist noch sie ganz klar die nennen sie 36 grad hieß 2006 das album von ein zimmer appartement zwei raum wohnung drei sterne lokal oder vier frauen weg das ist die zwei raum wohnung ja momentan läuft ja ganz gut schon 4000 euro was wir traditionell gerne mit einer sellerie stange garniert bloody mary eilish coffee tequila sunrise oder pina colada da muss ich echt passen eine sellerie stange keine ahnung also da habe ich jetzt auch keine also eilish coffee glaube ich jetzt eher nicht aber 50 50 würde sich da nicht anbieten ich würde sagen ich nehme mal hier den den joker bloody mary ist das okay ja bloody mary habe ich auch noch nie getrunken also pina colada ja stimmt das hätte ich auch da sind wir habe ich auch schon mal getrunken tequila sunrise bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ob ich den schon mal getrunken habe den cocktail ja ok 4 4000 euro an welchem nebenfluss der weser lassen es etliche schützen vereine richtig knallen pistole költ knarre oder wimme ja das ist die wimme die gegen pepste nicht mitgezählt gilt franziskus als der nunmehr 66 166 266 366 papst ja das ist eine gute frage also ich schätze mal dass es mehr als 66 inzwischen waren weil ja wie lange gibt es päpste gute frage also wahrscheinlich schon ewig schon ewigkeiten und deswegen also in all den jahren die sind ja auch meist schon recht alt wenn die zum papst gewählt worden sind das heißt da wird jetzt nicht einer mal irgendwie 50 jahre papst oder so sein eher unwahrscheinlich von daher würde ich sagen ja es ist ja 166 266 oder 366 ja gut da brauchen wir noch einen joker fürchte ich 41 also der 266 266 ok das war richtig gut ja zum glück haben die joker hier auch eine menge ahnung ich habe das ja auch schon öfters mal so für mich das just for fun gespielt sozusagen und da kam es jetzt noch nie vor dass jetzt irgendwie ein joker da was falsches geantwortet hat von welcher stadt heißt es in goethes faust es ist ein klein paris und bildet seine leute weimar leipzig frankfurt am main oder heidelberg ja ich würde zu weimar tendieren aber ich fürchte das muss ich jetzt da muss den dritten joker nehmen ok ja klein paris leipzig weiß ich nicht ich riskiere es nein ok ärgerlich nur 16.000 gewonnen aber da hat sie es hat sich jetzt gelohnt dass ich den zusatz drucker nicht genommen habe weil ja da bin ich nur auf 16.000 runtergefallen gut ja das war es dann leider nur 16.000 gewonnen ja das hätte ich jetzt nicht gedacht gut man von der größe hätte man denken können vielleicht leipzig aber ja irgendwie weimar hatte ich dann so eher so ein gefühl bei goethe aber ja ich glaube wir hatten auch mal faust in der schule gelesen aber das ist schon ewigkeiten her und ich muss sagen auch wegen der schreibweise war das jetzt nicht gerade mein lieblingsbuch deshalb ich hoffe ja dieses video hat euch gefallen und vielleicht mache ich es irgendwann nochmal und gewinne dann ein bisschen mehr mal ausnahmsweise bis denne ciao ciao